Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagten Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich bin mit mir ins Räume gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Mein Führer, wir rufen in Berlin. Es kann und darf nicht sein, dass diese Kultursen best in Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Klausowicz ausgegeben. Berlin wird Randstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über drei Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten.